Die Farbe Blau war streng verboten. Blau in jeglicher Form und Schattier. Blumen, Augen, Flüsse, ja selbst der Himmel durfte nicht blau sein. Und wenn der Himmel einmal blau war, was in diesem Land selten vorkam, denn es würde viel zündeten die Korrektoren riesige, qualmende Feuer ab, um das Himmelsblaue zu verdämmen. Du siehst aus, als könntest du Blaue brauchen. Sag mich vielleicht nein, bevor du es nicht probiert hast. Ich meine, Blau, Blau ist unendlich, ja unerschaftlich. Blau macht das Ding doch als lebenswert. Ach, wie zündet mir fest, wenn das Blau nicht verboten wird. Was? Moment, das wäre ganz tot. Wieso? Dann würde mich doch keiner mehr fürs Blaue bezahlen. Und wovon soll ich denn daneben? Ich meine, die Ratze sind Blauschmuggler, solange ich denke. Nein, schon mein Vater, und davor der Vater, dessen Frau... Die Ratze und Glatz ist mein Name, die Ratze und Glatz. Meine Herren, meine Damen, meine Damen, schon mein Opa, meine Oberauch, mein Opa, meine Frau. Verkaufen bleibt. Na nun, was ist denn das? Ja, muss doch irgendwo etwas Blau sein. Was ist da drin? Ich höre mich die Gerisse an mir. Aber das ist deine Tasche. Ja, sie hängt an deinem Kürtel. Wirklich? Ja! Was? Hörst du mir nochmal drauf sein? Aufwachen, aufwachen, zack, zack, zack! BIN-MG-Gasch! Es geht um Leben oder Tod. Es geht um dich umzuständig, dass keiner kapiert. Ich? Umzuständig? Oh ja! Oh nein! Oh ja! Oh nein! Oh ja! Oh nein! Ich fühle dich erwartet euch. Ja, wo ist denn? Da. Ja! Was ist das mit dir nicht stimmt? Ja, wo ist das mit dir nicht? 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 Ja, wo ist das mit dir nicht?